Um Ihr Facebook-Event zu teilen, wählen Sie dieses zunächst aus. Klicken Sie anschließend auf diesen Pfeil. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können sich einen Link ausgeben lassen, welchen Sie dann selbst verbreiten können, zum Beispiel per privater Nachricht oder per Mail. Sie können auf Ihre Veranstaltung auch in einer anderen Veranstaltung von Ihnen hinweisen, was sich besonders dann eignet, wenn sich die Zielgruppe ähnelt. Klicken Sie hier, wenn Sie die Veranstaltung in einer Gruppe teilen möchten. Wir klicken zunächst hier, um die Veranstaltung auf unserer Seite zu teilen. Dafür wählen Sie diese hier nochmal aus und gelangen dann in die Erstellungsansicht für den Beitrag. Fügen Sie nun einen ansprechenden Text ein, versehen ihn am besten noch mit aussagekräftigen Hashtags und klicken Sie abschließend auf teilen. Den darauf folgenden Hinweis können Sie mit einem Klick auf jetzt nicht schließen. Ihr Beitrag wird nun veröffentlicht und ist unter anderem in Ihrem Profil zu sehen. Mit einem Klick auf Veranstaltung bewerben lässt sich Ihre Veranstaltung für individuell gestaltbaren Geldeinsatz noch weiter verbreiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020